Unboxing die zweite. Bei uns ist wieder eine Box gelandet nach der letzten Abobox. Eine andere Art von Abobox von Liquid Director. Ich hoffe es spricht mein Englisch aus. Auf Deutsch passt sie auch nicht. Und ich war diesmal so schlau sie gleich aufzumachen. Bevor ich mit einer Hand hier rumhantiere. Und dann gucken wir gleich mal rein. Klick klick. Es hat gekluckert im Karton. Wir haben sogar außen schon was auf dem Karton gedruckt. Entdecken, genießen, teilen, cheers. Was wir hier drin haben. Eine Box. Da hat man schon was gesehen. Ein Info-Heft. Über den Gin. Oder was auch mal da drin ist. Oh ich habe Gin gefunden. Und zwar Malabab Pfeffermeersalz Popcorn. Popcorn? In der Ginbox? Okay. Eine Flasche Applaus-Gin. Und zwar Furchtlos in der gläsernen Steilwand Südmarie. Den kenne ich noch nicht. Den normalen Applaus hatten wir schon mal. Was haben wir denn hier noch? Verpackungsmaterial weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Noch eine Flasche. Schweppes Dry Tonic Water. Noch eine Flasche Schweppes Dry Tonic Water. Wir wiederholen uns. Verpackungsmaterial. Total für einen Pin zum anstecken. Auf den man nicht frei steht. Ein paar Socken. Im Applaus-Look. Und weg mit dem Karton. Aufkleber. Und ein Schreppes Info-Heft. Ja. Wir sagen mal Danke an die Liquid Directors. die uns das geschickt haben. Und probieren wir mal dann getrennt. Und dann kommen wir hier die Flasche. Und wir werden die Flasche probieren. Und dann kommen wir mit dem weiteren Flasche. Und wir haben auch vielleicht weiter.